ich bin immer noch krank ist aber ich weiß jetzt nicht mehr was wir letztens gemacht es geht immer noch mehr wenn ich krank bin will ich auch nicht so lange machen also fünf minuten wird die folge wieder folge wird dann fünf minuten lang sein so 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 aha da ist auch noch Eisen so ist auch noch cool das können wir auch noch mitnehmen also ich habe ja gesagt ich versuche täglich ein Video was zu machen Ich werde jetzt mal zwei oder Ich habe mir gedacht, dass ich mein alter Artur aufhören soll und lieber mir dieses Minecraft Eisel machen soll erst mal. Wir können doch jetzt, in dieser Folge wird nicht so viel passieren. Da steht mir schon nur beim Titel Minecraft Eisel, Heftig oder so. Oh, das ist nicht cool aus hier. Okay. Okay. Sollts eigentlich auch schon gewiesen sein. Hier können wir bei der nächsten Folge lang gehen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Wir werden jetzt noch kurz hier abwarten. Hier ist ein Lavasee. Vielleicht schauen wir dann sogar noch die Rüstung zu machen. So, wir haben jetzt noch schon was gegessen. Ich weiß nicht, wo das roh war. Wir können schon mal anfangen, um eine Rüstung zu machen. Das war kurz drin, ne? Ja. Wo ist unsere Werkbank? Hier. 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 Aha. Ähm. Warte, wir können auch hier so gucken. Erst mal das. Die Leute haben, wir können auch hier. Wir wollen das nicht. Wir können auch hier oben aufbauen. Wir wollen, wir wollen ja Следisch rein. Weil wir werden ja auch hier? Was wir haben? Und jetzt, wir können nicht mehr, Quand. Und jetzt, wir werden hier wieder. jetzt voll mit rüstung und das war es jetzt auch schon mit dem video oder mitten mit der dritten folge der parkour kommt erst mal nicht mehr einmal pro woche weiß ich auch noch und ja So, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hier lang gehen und gucken hier auch noch. Und, ciao.